Hallihallo liebe Leute, hier sind wir wieder in Haran. Wie ihr seht, leider bin ich wieder bzw. immer noch alleine. Beim Smooke klappt es leider im Moment immer noch nicht. Da versuchen wir jetzt einfach das Beste draus zu machen. Ich hoffe, das wird ähnlich lustig, schrägstrich geil, wie die letzte Folge. Also das war ja wirklich was während der Nacht dann da unterwegs und so. Ja, und da werde ich jetzt auch hier die Hauptmission halt mal ein bisschen weitermachen. So, ich glaube, wir haben auch nur noch das mit Hansen und treffen sie sich mit Shade im Waggon. Das ist ja die Hauptmission. Gut, dann, ähm, das sind ja die schnellen Rennen, die so schwierig waren. Was, da ist irgendein Ziel? Keine Ahnung, was das für ein Ziel ist. Da werde ich vielleicht irgendwann nochmal nachgucken müssen. Vielleicht nach dem mit Hansen. Da haben wir hier auch drei Markierungen. Drei Generatoren, die wir ausschalten müssen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir legen mal los. Der Computer ist ja wieder aufgedreht bis oben hin. Ich habe auch gerade 80 FPS, das ist schön. Hallo. Ähm, ich würde gerne Knick brechen oder Kopf drehen, weil irgendjemand am besten vorzugsweise bei allen... Ja, komm, wir tanzen, bis die Fetzen fliegen. Ihr nehmt das ein bisschen wörtlich, ne? Boah, ich sehe jetzt nichts. Das ist mir dieser Blutplacken hier total im Weg. Drecksack! Nicht mich anfassen! Gibt's wenigstens auch gleich noch Beute, ein Schlüssel. Oh. Ist das Mr. Hansen? Hat der nicht bei den Hansens mitgespielt? Hm, bap. Okay, der war schlecht. Der war schlecht. Was willst denn du jetzt? Umfallen willst du oder dich von hinten schnappen lassen? Ich hab die Beulen angefasst. Bitte, ein Waschbecken oder etwas ähnliches. Naja. Gut, gehen wir halt mal da rein. Unser Alfonso Crane. Ja, weil ich muss da immer an den Fonds denken. Okay, ich werde den Strom abschalten. Jafar, ich glaube, ich habe Hansen gefunden. Er ist runtergestürzt und die Beißer haben ihn dann erledigt. Er ist schon eine Weile tot. Was ist mit den anderen? Ich sag Bescheid, wenn ich sie finde. Also, analysieren wir mal diese Situation. Hansen ist runtergestürzt und gestorben. Von da oben? Warum liegt er dann hier? Von hier ist er gesprungen? Ne, also, weil von hier von dem Schuppen runterstürzen und zu sterben. Also, da muss man ja schon wirklich der intelligenteste Mensch der Welt sein. Nicht! Ja, ich meine, das ist sarkastisch. Ach, jetzt fange ich schon wieder an so zu metzeln und so weiter. Ich habe das Spiel halt schon länger nicht mehr gespielt. Da hat man jetzt dann irgendwie wieder Bock, da ein bisschen aufzuräumen. Hallo! Verfolgt mich! Falte Richtung! Ach Gott! Was für Pfeifen. Und da steht die nächste Pfeifentruppe. Inklusive ein großer. Ich hüpfe mal... Ach, da muss ich unten rein. Moment! Molotow-Cocktails. Ich habe das letzte viele Medikits gebastelt, aber keine Molotow-Cocktails. Das war jetzt Verschwendung, dass ich einen zweiten geschmissen habe, aber was soll's. Der Dicke überlebt es ja wahrscheinlich eh wieder. Waffen sehen soweit gut aus. Ähm, dann gucke ich aber gerade mal schnell ein paar Molotows so für... Für schlimme Zeiten. Das wäre nicht verkehrt. 78 kann ich da nur machen. Ach, es fehlt an Schnüren. Glaubt ihr's? Das ist die Zombie-Apokalypse und es fehlt uns an Schnüren. Mein Gott! Prost! Also ich hab grad mal was getrunken. Weil während der hier herstellt... Ist ja langweilig. Ihr seht ja, was passiert. Okay, das soll mal reichen. Wie viel hab ich denn jetzt? 46? Ja, das reicht ne Weile. Oh, Wurfmesser. Da hab ich ja noch dieses eine Achievement. Da muss ich, glaub ich, noch 5 irgendwie mit nem Kopftreffer killen oder so. Du gehst mir ganz schön auf den Keks, Alter. Oh, nicht auf mich! Pass doch auf. Ei, 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 ei. Knacken wir das Schloss. Darin sind wir ja geübt. Dank Skyrim und Fallout und Dying Light. Okay. Ja, mal gucken, wie lange ich hier jetzt aufnehme. Eigentlich will ich vielleicht nicht ganz so lang aufnehmen. In der Hoffnung, dass es halt beim nächsten Mal beim Smoothie da klappt. Aber, ich weiß nicht. Die Hoffnung, die ist nicht so riesig. Wird da eine Schnur? Gar nichts. Na toll. Iiiiih! Äh, äh! Das hab ich gesehen. Der hat das grad so rausgewirkt. Was für ein Glück, dass ich da schnell noch weg konnte. Was war denn das? Das bleibt doch oben drauf stehen. Ach, ja. Na! Fang! You're on fire! Ja, kommt, kommt. Geht ihr auch noch da rein? Es gibt noch genug Feuer für jeden. Warum bist du nicht tot? Verdammt. Oh, Hotpants. Eis. Bist aber zu spät für die Hitze und so. Ich sollte nicht in meinen eigenen Elektroschmonzes reingehen. Habt ihr das eben gesehen? Das hat mich ein bisschen erinnert an das erste Tomb Raider. Konischer Busen. Aber es hat mich erschreckt. Ach Gott. Hallo Hansi Hinterseer. Ja? Dankeschön. Ach kommt, ihr habt mich jetzt hier nicht gehört, bloß weil ich hier ein bisschen Radau gemacht hab. Oh. Ah. Wenn's denn sein muss. Fall um. Die Alte ist bockig. Ah, das war das Schlüsselbein, ha? Allerdings, das interessiert ein Zombie nicht groß, ob das Schlüsselbein durch ist. Der läuft dann vielleicht nur ein bisschen anders. Okay, und nun hoch aufs Dach, ne? Weil das nicht mehr unter Strom steht, okay? Ja, nehmen wir die Abkürzung. Daher kann ich nicht ins Detail gehen. Was? Hier spricht einer? Ja. Es gab einen Unfall und wir brauchen Hilfe. Ich weiß nicht, wer zuhört. Daher kann ich nicht ins Detail gehen. Bitte kommt schnell. Bitte kommt schnell. Ja, was für Glück, dass da drauf jemand reagiert hat. Oh. Es gab einen Unfall und wir brauchen Hilfe. Okay, also das war eine automatische Ansage. Ich muss mich beeilen. Oh. Oh. Ich glaub, ich weiß in ungefähr, wie's den Leuten hier geht. Nämlich nicht mehr so. Noch ne Nachricht. Die werden wir irgendwann mal alle lesen, bestimmt. Die haben Pillendöschen in der Hand. Also zumindest da hier. Und die auch. Och, die werden sich umgebracht haben, weil sie nicht mehr runtergekommen sind, oder? Ach, wie scheiße ist das denn? Vom eigenen Sicherheitssystem gekillt. Das ist Kacke. Aber irgendwas muss ich hier noch finden. Sehen sie sich um? Ach, dann komm ich aber zu spät für die Kiste, wetten? Naja, muss ich mich beeilen? Ich versuch's. Ich will aber hier auch keine Beute liegen lassen. Geh auf. Braav. Brave Kiste. Aha. Ein 201er-Ball. Wie gut sind denn die Sachen hier? Och, die sind ja alle besser. Also voll für'n Arsch. Äh, äh, äh. Jawohl. Also hoffentlich sind die Jungs von Reis diesmal ein bisschen langsamer als sonst. 222, da kann ich. Die ist aber modifiziert. Ne, ach komm, leck mich doch am Arsch. Aber irgendwas soll ich finden. Was soll ich denn finden? War da was? Ja, hier ist der Korb. Toll, da ist ein bisschen Vernel drin. Gibt's Vernel überhaupt noch? Ach, was weiß ich denn? Hier. Ach. Das sind die typischen Bretter und so. Ach, gleich ist die Kiste schon weg. Das nervt. Da. Diktiergerät. Hier spricht Zeref. Offenbar haben wir keine Alternativen mehr. Vor zwei Wochen fiel Hanson vom Gerüst, nachdem er das Sicherheitssystem eingeschaltet hatte. Ah, das Wasserreservoir. Der dann musste ihn nicht lange leiden. Okay, Beeilung. Jetzt steht das Gebäude unter Strom. Wir sitzen hier oben in der Falle. Niemand hat auf unsere Hilferufe geantwortet und uns in die Vorräte ausgegangen. Ja, dann werden sie sich selbst umgebracht haben. Das Hanson dankenswerterweise mitgebracht hat. Wer Hanson kannte, den überrascht das nicht sonderlich. Angesichts der Lage haben wir uns alle für diesen Weg entschieden. Einige wollten zu Kannibalen werden, aber dann wären wir nicht besser als diese Pösser. Wir machen es lieber so. Hallo. Außerdem war es nicht sehr schlau von uns, überhaupt hier oben zu landen. Ah, Attentäter. Danke, dass Sie uns gefunden haben. Wer immer Sie sein mögen, tut mir leid, wie es hier aussieht. Zeref, Hassan. Oh Mann, das ist natürlich bitter. Jafar, ich habe den Rest der Gruppe gefunden. Sie sind alle tot. Selbstmord. Warum? Was ist denn passiert? Sieht aus, als hätte Hanson das Sicherheitssystem eingeschaltet und wer dabei zu Tode gestürzt. Der Rest der Gruppe saß danach auf dem Dach fest. Irgendwann gingen ihnen die Vorräte aus und sie beschlossen, ein Ende zu machen. Ins Gebäude konnten Sie nicht. Offenbar hatte nur Hanson einen Schlüssel. Er hat wohl niemandem vertraut. Ja, das hätte er vielleicht besser mal tun sollen. Dann würden viel mehr Menschen noch leben. Warum haben die Texturen eben so langsam nachgeladen und was war das? Sprechen Sie mit Jeffrey? Ah, Psycho geht weiter. Oh nein, was hat er diesmal wieder vor? Das kann ja nur scheiße werden. Aber warum kommt das jetzt erst? Das letzte Mal bin ich doch extra noch ein bisschen länger rumgerannt. Und hab gewartet, ob noch was kommt. Oder war das stufenabhängig? Hab ich da vielleicht ein Talent dafür gebraucht? Aber bei der vorigen Herausforderung, da gab's dieses Problem auch nicht. Weil da ging's ja drum, die Zombies in diese spitzen Gegenstände zu schmeißen. Beziehungsweise irgendwie aufzuspießen. Und ich hatte den Wurf nicht und es wurde ja trotzdem angezeigt. Na dann schauen wir mal, was er jetzt will. Oh, das ist jetzt wieder eine halbe Weltreise. Aber ich will's eben wissen. Vielleicht gibt's ja unterwegs noch was abzugreifen. Juhu. Wupp. Ai, ai, ai. Errollers. Ach komm, aber normalerweise hätten die doch ein Hitlerbärtchen gemalt. Das macht doch jeder. Weltweit. Okay. Juhu. Badums. Hat sogar geklappt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich die dann noch mit umreißen kann. Mit der Wucht. Ah. The stuffed turtle. Die vollgestopfte Schildkröte. Wuppalapp. So. Und ich brauche ja auch unbedingt noch Aggie-EP. Weil Stufe 15, das ist ja wirklich low. Baut's. Juhu. Hallo. Ich glaube, ich gehe besser. Das hier ist übrigens die erste Dying Light-Aufnahme, die ich komplett mit meinem neuen Sound-Setup aufnehme. Ihr könnt mir ja gern berichten, ob ihr da jetzt einen großen Unterschied feststellt. Oder ob es denn ungefähr genauso gut ist. Ob ihr es besser findet, ob ihr es schlechter findet. Oder überhaupt, ob euch da was auffällt. Was... Was eben auffällt, ja. Juhu. Ach, ich habe so viel Kampf-EP und arbeite ständig weiter dran. Ich meine, da bin ich ja auch noch lang nicht ausgelevelt. Tschüss. Tja. Und hochklettern kann er halt nicht mehr. Da fehlt es ein bisschen in der Birne. Kaffee und Nägel. Tolle Mischung. Was steht hier? Frisch. Frisch. Fisch. Frischer Fisch. Hallo? Noch etwas da. Keine Statue. Nichts. Nur diese tolle Tür. Ach, damit habe ich jetzt vielleicht wieder ein Zombie angelockt. Ähm. Das sollte vielleicht jemand ausmachen. Aber Crane macht es nicht. Naja, was interessiert mich diese kleine Bude, ne? Oh, lauf die Wand hoch, dann reicht's. Genau. Das haben wir ja zum Glück schon geskillt. Ich loote schon wieder zu viel. Sorry. Das muss ich jetzt mal wieder machen. Was ist das? Ah, eine 244er Machete. Kö, du. Lass mal stecken. Da unten ist er ja. Schwupp. Ach ja, mit dir können wir auch gleich mal handeln. Ähm, verkauf mal hier. Ja. 2115 Dollar. Gut. Okay, was willst du diesmal? Hey, mein Herausforderungskumpel. Ich hab was Tolles für dich. Was diesmal? Ein Enthauptungswettbewerb? Nein. Obwohl das keine schlechte Idee ist. Anstatt Hände abzuhacken, breche ich jetzt Beine. Oh. Du kannst es schön knirschen hören, wenn du es richtig machst. Also mit dem Slice. Einer von uns beiden muss wohl dringend zum Psychiater. Also müssen wir jetzt mit dem Slide genug Beine brechen. Oh, das könnte nicht ganz einfach sein. Oder mit dem Baseballschläger? Ich werde noch von knirschenden Zombieknochen träumen. Also muss ich mit dem Baseballschläger die Beine brechen, okay. 25 Stück. Das ist ja nicht so viel, aber ich muss halt... Ich muss tief zielen. Das ist schlecht, wenn sie einen dabei packen. Ach komm, das hätte zählen müssen. Fünf. Ach komm, das... Das hätte doch zählen müssen. Und wenn Crane automatisch hochzieht, da kann ich nichts für. Ach. Ich glaube, ich brauche dieses Talent mit dem Schneller abschütteln. Das sieht durchaus machbar aus, wenn sie mich nicht ständig schnappen würden. Diese Gemüseallergiker verdammte Scheiße. Ich finde, wir sollten sie mit Köpfen füttern. Mit Kohlköpfen. Und wenn Crane öfter von der Seite angreifen würde, dann wäre das auch entsprechend schöner. Oh Mann, bei den letzten paar gar keine Beine erwischt. So, nein, da ist das. Muss ich mir die nächste Gruppe suchen. Seid ihr eine Gruppe? Ich hoffe es doch. Ah, wieso klappt das irgendwie so rein? Gar nicht. Wahrscheinlich, weil das Spiel so... Das Ganze so komisch wartet. Und die Treffer nicht ganz checkt. Hm, ich glaube, das wird nichts mehr, aber ich versuch's halt mal. Du hättest dich abrollen sollen. War zu hoch, ne? Na, das muss ich gleich nochmal probieren. Es hätte geklappt, wenn die Schläge besser gezählt hätten. Weil ich glaube, so falsch mache ich das hier doch eigentlich gar nicht. Ich versuch ja schon extra niedrig zu zielen. Aber irgendwie, nee. Das Beindreht, Schlitterbrechen, das zählt nicht, ne? Doch, das zählt. Hm. Dann versuch ich's vielleicht das nächste Mal direkt ganz damit. Ja, komm, lass uns nochmal machen. Vielleicht funktioniert ja das generell ein bisschen besser, aber dann muss ich's da einzeln kriegen. Okay. Die waren schon mal kaputt. Ja, langsam, aber zielstrebig. Nur, wenn sie zu viel auf einem Haufen sind, ist das auch nicht schön. Das riecht bestimmt auch wie im Klärwerk hier. Das sammelt sich auch oft die Scheiße. Alter! Ich hab dir eindeutig auf die Beine gezielt. 7, 8, 7, 8, gute Nacht. Tja, hm. Machen wir bei den Solariumsopfern weiter. 10, 11. Ach, das war kein Treffer. Schade. Ach, aber die treffen mich beim Durchrutschen so gut. 12. 13. 14. 15. Kyle Cranes Pro Skater ohne Skateboard. Batz! 16. Ich greinde hier wie die Hölle! 18. Dann versuchen wir da vorne weiter unser Glück. Ja, die Zeit wird mir ein bisschen knapp. 19. 20. Das ist doch nicht mehr viel! Los, los, los! 21. 22. 23. Ah! Und die sind jetzt schon alle kaputt, ne? Na, 23. Ah! Mach deine Dunstkiepe zu! Die werden dich den großen Idioten von Haran nennen! Also es muss wohl eigentlich mit dem Schläger klappen, weil man mit dem schneller zuhauen kann. Ich werde noch von knirschenden Zombiknochen träumen. Aber die Schläge sind halt so scheiße ungenau. Da klappt ja nur jeder vierte oder fünfte. So, aber wie der nächste Versuch läuft, zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Wie fasse ich nun diese Folge zusammen? Also ich muss sagen, das mit dem Beinebrechen, das ist... Es läuft ungünstig. Irgendwie hakelig. Also irgendwie nicht ganz so benutzerfreundlich. Aber es ist sicherlich machbar. Wir hatten es ja schon fast. Was mit Hensens Gruppe passiert ist, das ist tragisch, weil denen ging es ja allen noch gut und dann sind sie da oben gestrandet. Das ist so eine Scheiße. Hätten wir da nicht früher jemand mal vorbeischicken können? Leider können wir jetzt an ihrem Tod nichts mehr ändern. Und ich würde sagen, wir warten einfach mal ab, wie es das nächste Mal klappt mit der Psychoaufgabe. Weil da mache ich dann gleich weiter. Also dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.